benutzt den doch so gesockeltes amulett es ist übrigens der patch 1 4 draußen 1.04 er so gesagt mit dem ja der magier ein paar skids abgeändert worden die hüterin zum beispiel die gifthydra zumindest der wirbelsturm alles so ein bisschen seltsam meiner meinung nach warum nicht einfach alles so lassen wie schon ist vielleicht nur so ein paar bugs beheben aber falls ihr so einen rattern hört das ist mein rechner der dreht bei solchen spielen immens auf ich weiß nicht mehr warum der so aufdreht das ist ja auch gut mann immer nehmen mann zurück kann ich nicht mehr so plus fünf erfahrungen sie mit politik Nein. Ja, ich darf als letztes gehen, ey. Wie nett. Plupp. Schnell noch was verkaufen. Äh. Das Schild packe ich aber hier rein. Just in Notfall. Danke, 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 danke. 10.000 nochmal wieder. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Davon habe ich momentan keinen. Äh, dann. Immer schön ein bisschen sortieren. Ja, ich bin sehr. Ja, ich bin sehr. Quest Bandit 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 100 ein der märz schon ein bisschen ausrüsten herzlichen dank was nicht ja nichts gesagt hey wir sind ja leute meine herzlichen standen herr kann so passen und leichen schmetter alter jetzt geht es aber richtig ab mit dem der 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 genau tanke den feind der 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 Das Ding ist doch nice Moment, Edelsteine hatten immer verschiedene Effekte Kopfwaffe und sonstiges Das ist ja mal sehr gut Ah, das hat keinen Sockel, verdammt Nehme ich es im Kauf Bisschen Schaden zu reduzieren Ja Es muss einfach sein Ich muss auch mal ein bisschen was aushalten Ja und so viel Schaden ist das dann auch wieder nicht weniger Also 3,2 Schaden, hallo Ich wandte die trotzdem so ziemlich noch Wie die eben einfach nur rumstanden Neh, göttlich Ich sehe jetzt aber auch eigentlich gar nicht schlecht aus Warte, wo war das Z? Da ist das Z Na ist doch schön Also wenn man es mag Plupp Ne, fast Unheilzunge Zack Boah, Alter Wie riesig die Waffen immer dargestellt werden Aber wenn man sie selber benutzt Dann ist es so Moin Du entkommst mir nicht, du Penner Sag ich doch Get, 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 get Heiltränke Lass mich das mal angucken Mehr Schutz Weniger Leben Nein, danke Wir haben jetzt 900 Und ich würde sagen, ich beende hier jetzt einfach erstmal die Aufnahme Ähm Ich werde die Folgen, glaube ich, in 15 Minuten Part schneiden Oh, sollte ich vielleicht erstmal raus und Speicherpunkt aktivieren Und Ja, wir sehen uns dann Hier In der Bei der Oase wieder Bei der Quest Verräter der Horatrim Ich war's wieder Sourcelike 3506 Und Ja Wir sehen uns dann Nächstes Mal wieder Bis bald